So, und da sind wir auch schon in der Java-Klassenbibliothek angekommen. Und das steht auf unserem Zettel für dieses Kapitel. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten, was ist eigentlich das Ziel von diesem Kapitel? Was sind Java Collections? Was sind Utility-Klassen? Was ist Dateihandling? Und wie gehen eigentlich Dateien in Java? Wie funktioniert Reflection? Und was gibt es sonst noch für eine API mit in Java drin? Und wichtig ist mir hier, dass ihr viele Dinge hört. Wir werden über viele Dinge relativ schnell drüber gehen, gerade wenn es so gegen Richtung Ende geht. Da ist es mir nicht wichtig, dass es ihr 100% versteht, wie das im Detail funktioniert. Ich will nur, dass ihr es einmal gehört habt, dass es das gibt und dass das geht. Die Klassenbibliothek von Java ist riesig. Und wenn wir alles das besprechen wollen, dann würden wir nächstes Jahr noch hier sitzen. Das wollen wir nicht. Wir wollen mit unserem Projekt anfangen. Deswegen stelle ich euch jetzt die wichtigsten Dinge im Detail vor. Und dann die eher für später wichtigen Dinge vielleicht nur oberflächlich. So, fangen wir mal an. Also, das Wichtigste hier mit Sicherheit die Collections. Eine Collection ist einfach eine Datenstruktur, um halt eine Menge von Daten aufzunehmen und die halt zu verarbeiten. Zum Beispiel eine Liste oder eine Menge oder ein Schlüsselwertpaar. Und das Wichtigste hier ist, die Verwaltung wird komplett gekapselt. Ihr kriegt nicht mit, ist diese Liste dynamisch wachsend oder nicht. Interessiert euch auch nicht, weil ihr interessiert euch nur, kann ich da Elemente der Liste zufügen oder halt eben nicht. Das ist ja euer Problem, was ihr habt. Ihr wollt eine dynamisch wachsende Collection haben. Und wie die implementiert ist, ist euch eigentlich im Detail meistens ja egal, solange sie funktioniert. Ein Array ist die einfachste Form von einer Collection. Alles das, was in der Collection ist, das könnt ihr zum Beispiel in so eine ForEach-Live-Vereitung, könnt ihr mit dem Array auch machen. So eine Collection hingegen ist wesentlich bequemer zu benutzen. Ihr müsst vorher keinen Speicher allokieren, ihr müsst nicht mit diesen Indexen rumhantieren, sondern ihr könnt einfach iterate, also iterate über alle drüber und ein Get machen und ein Add. Das ist wesentlich komfortabler als so ein Array. Das ist auch der Grund, warum Arrays in Java so selten anzutreffen sind. Klar, wir haben die jetzt vier benutzt bis hierhin, weil wir kannten ja noch nichts anderes. Aber ich könnte wetten, dass sich die Verwendung bei euch jetzt langsam ändert und wenn ihr jetzt mehr mit Listen gearbeitet habt, dass sich die Verwendung dort ein bisschen verändert. Aber schauen wir uns das mal an. Das Ganze, die ganzen Collections spielen sich in dem Paket Java-Util ab. Und seit Java 5 sind diese Collections auch generisch. Das heißt, ich kann jetzt meine Collections typ-sicher im Typ einschränken, wenn ich Generics benutze. Das hatten wir ja in der letzten Vorlesung kennengelernt. Und die Namenskonvention ist immer, was ist es für eine Art, also was ist es für eine Implementierung ist es, besser gesagt, und was ist es für ein Interface. Die Interfaces sind List, Set, Map und Queue. Und damit ihr einmal so ein Beispiel bekommt, ein Stil der Implementierung von der Liste wäre ein Array zum Beispiel. Also die Implementierung, die darunterliegende Implementierung wäre ein Array. Das wäre jetzt nach dieser Konvention der Name Array List. Weil das Interface List mit einem dynamisch wachsenden Array implementiert wurde. Es gibt aber auch die Linked List. Das ist halt eine verkettete Liste unten drin da. Das heißt, wenn ihr diese Collections benutzt, seht ihr schon am Namen der Klasse meistens, wie die eigentlich implementiert sind. So, okay. Die wichtigsten Interfaces, die wir uns anschauen wollen, ist Liste. Also eine sortierte Folge an Elementen. Set, das ist eine mathematische Menge. Der Unterschied zwischen einer mathematischen Menge, also einem Set, und einer Liste wäre was? Der Unterschied ist, dass in einem Set der mathematischen Menge gibt es keine Duplikate. Das heißt, da kann es keine Elemente doppelt drin vorkommen. Und ein Set ist nicht sortiert. Wohingegen in der Liste, das ist sortiert. Und die Liste sind, da kann es doppelte Werte vorkommen. Dann eine Map. Eine Map ist ein Schlüsselwertpaar, wo ihr dann über den Schlüssel an den Wert drankommt. Denkt vielleicht an eine Datenbank, wo ihr halt über den primären Schlüssel an die Tabellenspalte kommt. Oder denkt vielleicht an eine Mitarbeiterverwaltung, wo der Schlüssel die Mitarbeiternummer ist und dann der Wert quasi das Mitarbeiterobjekt. So was. Das ist das nächste Interface, was sehr, sehr wichtig ist. Und das Queue-Interface gibt es auch noch. Das Queue-Interface ist eine Warteschlange. Das heißt, das erste Element, was ihr reinsteckt, ist auch wieder das erste Element, was rauskommt. Und das letzte Element, was ihr reinsteckt, das ist halt auch das letzte Element, was wieder rauskommt. So ein wie vorher ist es, ne? First in, first out. Okay, davon schauen wir uns auch, das schauen wir uns jetzt auch gleich nochmal hier ein bisschen genauer an. Zu Sets und Maps gibt es unterschiedliche Implementierungen. Die prominentesten Implementierungen für Map und Set sind Tree- und Hash-Implementierungen. Tree-Implementierungen basieren auf einem binären Baum. Und Hash-Implementierungen basieren auf der Hash-Code-Methode, die wir schon mal angeguckt haben. Also bei einem binären Baum ist es ja so, ne? Wenn ich jetzt einen Tree habe, ups, ein Tree von einem Element, also ein Tree von einer Liste, ne? Ein Tree-Set, ne? Dann würde ich jetzt hergehen und sagen, aus meinem Set, da sind die Elemente, kommen die Elemente nach und nach rein mit add. Äh, vier, äh, sechs, sieben, fünf, vier. Und wir haben gelernt, im Set gibt es keine Dubletten. Alles klar. Dann würde jetzt in unserem sortierten binären Baum, das die Implementierung davon ist, halt hergegangen werden und vier wäre der erste Knoten. Im binären Baum hat immer zwei Kinder. Na, einmal links, links sind immer die kleineren und rechts, rechts sind immer die größeren. So, das heißt, jetzt der nächste wäre die sechs, die wäre hier in dem rechten Zweig drin, weil das ist ja größer als vier. Und dann käme die sieben, die ist ja auch größer. Ja, und dann käme die fünf, die käme hier rein, ne? Weil, ähm, die fünf, um die einzufügen in unserem binären Baum hat geguckt, ist fünf kleiner als vier? Nö, ist fünf kleiner als sechs? Ja. Äh, und dann würden wir hier rüber gehen. So, und dann kommt nochmal die vier. Wird gefragt, ist fünf, äh, ist vier kleiner vier? Ne, also ich kann nicht links gehen. Ist vier größer vier? Ne, kann auch nicht rechts gehen. Also muss vier gleich vier gehen und deswegen wird das nicht, nicht da reingetan. So, ne, deswegen ist das jetzt unsere, unsere Menge, äh, vier, sechs, fünf und sieben. So, so wäre der Algorithmus für einen binären Baum. Hash gucken wir uns gleich auf der nächsten Seite an. So, okay. Wie funktioniert eigentlich, ähm, Hashcodes? Hatten wir uns schon mal angeschaut, ne? Wir hatten uns ja angeschaut, ein Hashcode ist eine mathematische Funktion, um aus einem Objekt eine Zahl zu generieren. Und diese, ähm, Methode wird bei den Hashmaps oder auch bei den Hashsets verwendet. Und was hier passiert bei einem, bei einem, generell bei einer Map, unabhängig, ob es jetzt ein Hashmaps oder nicht, da könnt ihr dann sowas machen. Ihr könnt dann sagen, ihr habt eine Map von Integer auf String oder auf Mitarbeiterobjekt, würde auch gehen. Und dann könnt ihr sagen, Mitarbeiter Put, also für den Schlüssel 4711, würde euer Mitarbeiter Klaus hinterlegt werden. Für euren Schlüssel 4712, würde euer Peter hinterlegt werden. Und für euren Schlüssel 4747, würde der Hans hinterlegt werden. So, also diese Schlüssel-Wert-Paar-Kombination kann man da gut machen. Wenn ja jetzt nur ein String dahinter ist, ist vielleicht nicht so super gut gelungen, aber vielleicht könntet ihr euch die mentale Brücke selber schlagen und dann denken, okay, gut, wir haben jetzt eine Mitarbeiter-Datenbank und dann habe ich die Mitarbeiter-Nummer und das echte Mitarbeiter-Objekt dahinter. Und was das eigentlich coole hier dran ist, ist, ihr könnt jetzt Mitarbeiter.get sagen. Ihr könnt jetzt, gib mir den Mitarbeiter für die Nummer 4711 und dann würdet ihr den Klaus zurückbekommen. So, und wie das jetzt intern funktioniert mit einer Hashmap, also einer Map, die auf Hashcodes basiert, das zeige ich euch jetzt hier. So, kann ich das hier mal rüber? Ach, cool, hier. Mit der Hand kann ich auch was kommen. Cool. Was wir machen wollen, ist mit der Hashmap, ne? Wir haben jetzt unser, ähm, unseren Heap wieder. So. Und was hier passiert, ist folgendes. Wir machen jetzt, ähm, wir machen jetzt put 4711. Und was hier gemacht wird, ist, äh, dass auf der 4711 der Hashcode berechnet wird. Ähm, stellt euch vor, der Hashcode hier, äh, ist jetzt eine Funktion, äh, Hash ist eine Funktion, äh, Hash von, äh, n, ist, äh, n modulo 3. Na, also der ganzzahlige Rest von, na, machen wir mal, na, machen wir mal, na, machen wir mal modulo 3, ja. Das ist unsere Hashfunktion. Und was dann passiert ist, unsere Map im, ups, im Speicher wird eingeteilt in, ähm, Unterlisten. Also bei Hashmap geht es nur um den effizienten Zugriff. Dann geht es, je nachdem wie eure Hashfunktion ausgebaut ist, werden dann in der Gesamtmap im Speicher, hier das ist unsere Map in unserem Heap drin, ähm, für jede Modulo, äh, für, für, für jede Hash, für jedes Hashergebnis eine, eine Arrayliste, äh, angelegt. So, und wenn wir jetzt hier haben, ähm, die Ergebnisse von modulo 3 können ja 0, 1 und 2 sein. Und was dann passiert ist folgendes. Wenn ich jetzt put 4711 irgendwie so einen Typ mache, dann wird für meine, für meinen Schlüssel modulo berechnet. So, jetzt mal gucken, ob der, ob ich hier modulo rechnen kann. 4711 modulo 3 ist 1. So, was dann passiert wird, ist, ich berechne Hash auf der Funktion, da noch eine andere Farbe, äh, ich berechne Hash auf dieser Zahl, so, und das ist, der Schwell ist dann 0. So, dann stecke ich jetzt hier in meine Arrayliste, die die interne Datenstruktur ist, den Typ rein. So, zack. Gut, jetzt mache ich, äh, put 4712. Ups. Den, äh, nächsten Typ. Oder die, die nächste Frau, ne? So. Oh Gott, bitte, bitte entschuldigt meine, meine Kriegelkracke. So, was jetzt passiert ist, ähm, auch hier habe ich jetzt wieder, ähm, berechne ich wieder den, äh, Hash-Wert hiervon. Das ist jetzt diesmal, ach, nee, Entschuldigung, eben das, der hätte hier reingemusst, ne? Entschuldigung. So, der eben hätte hier reingemusst, der Klaus kommt hier rein. Äh, und jetzt, weil Modulo 1 war und 4712, äh, 4712 Modulo, das ist ja 2. So, das heißt, den würde ich jetzt hier unten reintun. So, jetzt lasst uns mal, ähm, noch 1314, 4714. Damit wir das einfach, lasst uns mal, äh, so tun, als wenn in unserem Code, den wir haben, Mitarbeiterput 4714 noch stehen würde. Und hier kommt jetzt, äh, auch wieder, äh, auch wieder jemand rein, ne? So. Und was jetzt passiert ist bei 4714, 47, ups, 4714 Modulo 3 ist wieder 1. So, das heißt, was jetzt passiert hier ist, ähm, ich gehe wieder mit meinem Schlüssel in meine Hash-Funktion. Ich klappe mir, ich berechne mir meine interne Array-Liste, wo ich den Typen ablege und da lege ich den dann ab. Also hier, hier sind auf einmal zwei jetzt in meiner internen Array-Liste dran. Das ist kein Problem. Okay, was nämlich jetzt passiert ist, äh, was passiert, wenn ihr GET macht? Das ist jetzt der spannende Punkt. Wenn ihr jetzt ein GET macht, wenn ihr jetzt GET macht, GET 4714. Was jetzt gemacht wird, ist, ähm, auch hier gehen wir wieder mit der 4714 durch die Hash-Funktion und die sagt uns jetzt 1. Das heißt, wenn ich Hash-Map.GET 4714 mache, wird der Hash berechnet und die Array, äh, die Hash-Map würde intern gucken, geh mal hier in diese Array-Liste rein und dann seht sie, oh, da sind ja mehrere Objekte drin, dann muss ich drüber iterieren. Dann würde er erst fragen, hey, du, Objekt, bist du equals, ähm, dein Schlüssel, ist dein Schlüssel equals 4714? Und dann würde der Schlüssel hier drin sagen, nee, bin nicht equals 4714. Okay, dann gehen wir zum nächsten Element und fragen so, hey, ist dein Schlüssel 4714? Und das war ja der 4714 und wenn das der 4714 Schlüssel ist, dann wird der Wert zu diesem Schlüssel, nämlich, äh, was war das bei uns? Der Hans, der wird dann zurückgegeben und dann das Objekt hier, äh, hier returned quasi, so. Und deswegen hatte ich auch gesagt, ihr dürft equals und Hash-Code niemals unabhängig voneinander überschreiben. Das dürft ihr nicht machen, weil wenn ihr jetzt Hash-Code alleine überschreibt, dann könnte, ähm, die Implementierung von Hash-Map zum Beispiel vielleicht hier in dem falschen Bucket suchen, weil die Methode anders ist. Und dann fragt der equals alle hier equals durch und der sagt dann, ja, nee, equals, nee, den kann ich nicht. Ne, das heißt, equals und Hash-Code haben in diesen Hash-Maps so eine innige Verbindung miteinander, dass ihr die niemals unabhängig voneinander überschreiben solltet. Okay, ähm, ich hoffe, die Erklärung war nicht zu verwirrend. Ihr müsst sie eigentlich auch gar nicht so genau kennen. Das, was ihr nämlich wissen müsst, ist, äh, in so einer Hash-Map, die Implementierung intern ist mit Arrays abgebildet, mit Array-Listen. Und der Hash-Code, der berechnet wird auf dem Schlüssel, der dient quasi als Index, ne, so wie wir das ja auch gesehen haben, ne, der Hash-Code ist der Index für diese Dinge. Ja, und das passiert, ähm, über diese Hash-Funktion, da kommt man halt hin. Und diese Hash-Maps, die haben halt einen Füllgrad, ne, also die werden dann irgendwann hochskaliert, wenn sie mehr als 75% voll sind oder runterskaliert, wenn sie weniger als 25% voll sind. Und so funktionieren halt Hash-Maps. Und im Vergleich zu den Tree-Implementierungen sind die Hash-Implementierungen immer schneller. Ne, das heißt sowohl für, für Get und auch für Put ist die Hash-Implementierung immer schneller als die Tree-Implementierung. Aber, ne, könnt ihr euch ja vorstellen, ne, dieses, ähm, wo war es denn? Hier drüben war es. Dieses, äh, wo muss ich denn meine Zahl reinsortieren? Das ist ja wesentlich speichereffizienter, als einmal so ein Hash-Code zu berechnen und dann kurz so eine Array-Liste reinzulangen, ne. Ah, deswegen sind Hash-Implementierungen wesentlich, wesentlich populärer als die Tree-Implementierungen in der Verwendung. Aber, die Tree-Implementierungen, die werden sehr gerne verwendet, wenn das Objekt danach gesortiert sein soll. Ne, weil auf so einem Tree-Set könnte ich danach einfach sagen, ähm, zu einer sortierten Liste. Und dadurch, dass die Dinger ja alle schon sortiert sind, in kleiner und größerer Relation, ist das super als, ähm, als Sortierung. Und, ähm, habe ich auch schon Leute gesehen, die einen Tree-Set als Sortieralgorithmus verwendet haben, ne. Und das ist, ich glaube, ich habe irgendwo in den Slides mal reingeschrieben, ähm, die, die Tree-Implementierung sollte man nur dann wählen, wenn, wenn man, ähm, an einem sortierten Ergebnis interessiert ist. Weil sonst ist die Tree-Implementierung immer, wie, also langsamer als die Hash-Implementierung. So, okay. Genug schwadroniert, lasst uns über, ähm, die verschiedenen Listen uns unterhalten, oder die verschiedenen Collections unterhalten. So, das erste Interface, das Wichtige ist List. Und ich wette, der bekannteste Vertreter hier ist die Array-List. Die Implementierung von Array-List ist einfach über einen, ähm, dynamisch wachsenden oder schrumpfenden Array innen drin. Das heißt, ihr könnt auf dem List-Interface immer List, List, gleich New Array-List, und ihr könnt immer Add und Add und Add und Add und Get und Get und Get sagen und for each. Na, so das, was wir jetzt implizit in den Vorlesungen immer schon mal so gemacht haben. Na, ich zeige euch das mal kurz. Äh, wo sind wir jetzt hier? Ups, in Kapitel 6. Kapitel 6, äh, Live-Coding. So, ne, ich könnte sagen List, also man würde auch, der Variablen-Typ wäre, ähm, List an der Stelle. Ne, der Variablen-Typ wäre List. Und man initialisiert dann aber mit Array-List. Ne, also das Interface, die Variable hat immer das Interface als Typen, aber man initialisiert immer mit dem konkreten Typen. Und wir wissen jetzt, weil es ein Array-List, Array-List ist, dass ich kann sagen Liste.add. Und, ne, ich kann sagen Integer 1, 2, 3, ne, und ich kann sagen Liste, gib mir an Position 0, ne, dann würde ich die 1, 2, 3 zurückkriegen. Ja, das ist die Array-List. Ähm, man kann die initiale Größe von dem ersten Array mitgeben, wenn ich jetzt hier sage, ne, Initial Capacity soll 1000 sein. Äh, wenn man das nicht macht, ist es aber, glaube ich, Default Capacity, na, äh, was ist die? Die, wenn ihr das nicht vorgebt, ja, ist es, der, ist es leer, also 0. Und hier kann man halt sagen, okay, ähm, ich gebe die initiale Kapazität mit, wenn ich weiß, ich will gleich von Anfang an 1000 Elemente reinschreiben, dann ist es wesentlich performanter, dass man nicht diese Resizing-Operation durchgeht, sondern dass man gleich von Anfang an sagt, ich will 1000 schon mal vorallokiert haben an Speicher. Okay, Array-List. Link-List, ähm, implementiert durch eine doppelt verkettete Liste. Ähm, die Link-List ist, warum auch immer, nicht so populär, das sehe ich in, 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 in Quellcode nicht so häufig. Die Link-List verwendet man aber sehr, sehr, ähm, gerne, wenn man immer weiß, dass man, wenn man von vorne nach hinten durch iterieren muss, ne, das heißt, wenn man For-Each-Methoden implementiert sehr viel, ähm, also man weiß, man will immer das komplette Ding durch iterieren, dann würde man tendenziell eher zu Link-List greifen als zu Array-List. Es gibt zudem noch spezielle Methoden, um einem das erste und das letzte Element zuzuspringen und so weiter und so fort. Ähm, dafür ist diese Implementierung wesentlich besser geeignet, als die andere. Okay, ähm, Stack implementiert noch List, nicht? Ihr, ihr kennt den Stack, ihr legt oben was drauf, ihr könnt fragen, ähm, ihr könnt auf den Stack oben was drauflegen, ihr könnt den Stack fragen, ähm, bist du leer und gib mir das oberste Element. So, das sind ja die, ähm, Methoden, die man bei dem Stack machen kann, ne, also first in, last out, quasi nicht. Und es gibt noch den Vektor. Der Vektor, der ist auch generisch, ähm, der Vektor war die erste Implementierung von einem Resizable Array, also relativ ähnlich zu Array-List, aber der verhält sich ein bisschen anders. Also der ist sehr, sehr ähnlich zu Array-List, aber der ist historisch bedingt schon früher da gewesen als Array-List. Und der ist synchronisiert. Das heißt, ein Vektor ist in der generellen Performance immer ein bisschen langsamer, aber dafür ist es sicher, ein Vektor zu benutzen, wenn ihr Multi-Threading arbeitet. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Programm schreibt, was in mehreren Threads, also mit mehreren Kernen, also in unterschiedlichen, also, ja, multikernfähig agiert, in mehreren Threads gleichzeitig, dann ist es bei einem Vektor die Abarbeitung von Aufrufen, ähm, die ist deterministisch. Aber weil es synchronisiert ist, weil es fähig ist, im Multi-Threading verwendet zu werden. Bei einem Array-List ist dies nicht der Fall. Okay, das sind diese historisch älteren Implementierungen, die dafür aber Multi-Threading fähig sind. Das gibt es bei Map auch. Bei Set hingegen nicht. Bei Set gibt es eigentlich nur Hash-Set und Tree-Set, die, die populär sind, ne. Die beiden Implementierungen hatten wir gerade schon mal gegenübergestellt bei Map. Das gleiche gilt hier auch bei Set. Das Hash-Set ist eine mathematische Menge über die Hash-Funktion, den Hash-Code implementiert, und das Tree-Set halt die mathematische Menge über diesen binären Baum implementiert. Wie gesagt, ich würde euch empfehlen, das Hash-Set zu verwenden, außer ihr seid daran interessiert, dass ihr danach eine sortierte Liste bekommt. Zudem gibt es noch das Enum-Set. Das ist ein spezielles Set für Enumerations. Mehr kann ich da auch leider euch nicht zu sagen, weil ich persönlich das noch nie benutzt habe. Das Einzige, was man halt hier sagen muss, dass alle Werte von dem gleichen Enum abstammen müssen, aber das ist ja durch Generics eh gegeben. Auch hier wieder, wie immer, wenn ich das sage, wenn ihr das schon mal benutzt habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare, wann ihr das benutzt habt und für was euer Use-Case war, was euer Problem war, was das Enum-Set gelöst hat. Das würde mich sehr interessieren. Gleiches gilt für Enum-Map. Habe ich auch noch nie benutzt oder noch nie benutzen müssen. Ich hatte noch einen Use-Case dafür. Ist aber wieder ein besonders optimierter Map für Enumerations. Die weitere Implementierung von Map wären Hash-Map und Tree-Map. Wieder die beiden Hash- und Tree-Implementierungen, die wir gerade schon kennengelernt haben. Einmal über einen binären Baum gelöst. Bei der Tree-Map wäre der binäre Baum auf dem Schlüssel, weil das ja das Sortierungskriterium ist. Und bei dem Hash-Map wäre halt die Hash-Funktion auch auf dem Schlüssel nicht. Gleiche Empfehlung. Ich würde euch empfehlen, die Hash-Map zu verwenden, außer ihr seid daran interessiert, dass ihr die Werte von eurem Schlüsselwertbaum basiert auf dem Schlüssel sortiert irgendwann mal haben wollt. Dann könntet ihr die Tree-Map auch verwenden. Es gibt Hash-Table, auch immer mit einem kleinen T. Das ist kein Typo. Hash-Table ist die synchronisierte Variante von der Hash-Map. Also es ist eine Hash-Map, die gleiche Implementierung wie bei Hash-Map, nur sie ist multi-threading-fähig. Daher auch ein bisschen langsamer. Okay. Das sind die Hash-Map-List- und Set-Interfaces, die uns jetzt für die Vorlesung interessieren. Dafür machen wir gleich auch noch mal eine kleine Übung. Aber vorher würde ich noch gerne zwei Helferklassen besprechen. Einmal die Klasse Collections mit S am Ende. Und da sind hilfreiche Methoden drin, um Collections zu bearbeiten. Schauen wir uns das mal an. Wir machen uns mal eine kleine Liste. Hier so eine Link-List. List-Integer, meine Liste, gleich New Link-List. und machen mal 5, 2 und 10 rein. Und jetzt kann ich Collections.sort aufrufen. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Als wir über das Comparable-Interface gesprochen haben, hatten wir ja darüber gesprochen, dass wenn eine Klasse das Interface implementiert, kann ich Collections.sort aufrufen. Ich kann aber auch Collections.sort aufrufen und meinen eigenen Comparator reingeben. Ich kann das Comparator-Interface implementieren. Ich könnte jetzt, da es nur eine Methode gibt in meinem Interface, könnte ich auch eine Lambda-Expression reingeben. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich schreibe meinen eigenen Vergleicher. Ich habe dann Integer, da ich ja jetzt nicht auf einem Objekt agiere, kriege ich ja zwei Objekte, die ich vergleichen muss. Und hier sage ich jetzt einfach, mein Compare in meiner Comparator soll Integer 2.Compare to Integer 1 sein. Das heißt, ich mache jetzt nicht die Standardsortierung, sondern eine andere. Und dann kann ich sagen, wenn ich so einen Comparator habe, Collections.sort, meine Liste mit diesem Comparator. Und wenn ihr wisst, was dieser Comparator macht, also wie rum, welche Logik der beim Sortieren folgt, dann meldet euch. Geht nicht. Dann schreibt doch einfach in die Kommentare rein, was ihr glaubt, was dieser Comparator macht. Gut, aber Collections kann noch ein bisschen mehr, die Klasse Collections. Ich könnte zum Beispiel ein Reverse machen, also die Liste in Memory quasi umgekehrt rein. Also ich drehe die Reihenfolge einmal komplett um. Dann könnte ich aus einer normalen Liste eine Synchronized List machen. Hier Synchronized List. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel aus einer Linked List eine Liste machen, die Multithreading-fähig ist. Da kommt so ein Rapper drumherum, der das Ganze Multithreading-fähig macht. Ich könnte so eine Liste aber auch in eine Unmodifiable-List verwandeln. Das heißt, die Setter und die Adder, die sind dann weg. Das heißt, diese Liste wäre quasi nicht mehr veränderbar. Das könnte ich auch mit dieser, aus dieser Collections-Utility-Klasse, heraus machen. Ich kann auch allerhand mathematische Dinge machen. Ich kann mir den Minimalwert geben, den Maximalwert und all so Sachen. Das ist alles in dieser Helfer-Klasse Collections am Ende mit dran. Analog gibt es noch die Klasse Arrays. Arrays finde ich ganz cool, weil sie, wie gesagt, diese ToString-Methode hat, die wir schon mal kennengelernt hatten. Hier ArraysToString würde halt quasi diese String-Repräsentation ausgeben. Aber da gibt es noch mehr. Ich kann zum Beispiel aus einem Array eine Liste machen. Arrays.asList. Das wird relativ häufig verwendet. Sortieren wird relativ häufig verwendet. Ein Inhaltsvergleich auf Arrays. Also Arrays.equals würde vergleichen, ob die beiden Arrays hier die gleichen Elemente drin haben. Und ich könnte auch suchen. Ich könnte also suchen, gibt es denn in meinem Array das Element 20? Könnte ich dann suchen. Das sind die Klassen in Arrays dran. Die Helfer-Methoden in Arrays dran. Gut. Und neu, relativ neu, also neuer als Java 8 neu, es gibt ParallelSort. Das heißt, es könnte multikernfähig sortiert werden da dran. Okay. Cool. Gehen wir zu unserer Übungsaufgabe. Ich möchte gerne, dass ihr ein Programm schreibt mit Collections. Macht euch damit vertraut. Experimentiert ein bisschen rum. Mit Listen, mit Mengen und Maps. Benutzt diese Helferklassen ein bisschen und macht euch mit dem generellen Konzept ein bisschen vertraut. Und wenn ihr es erst gemacht habt, dann sehe ich euch im nächsten Video. Bis gleich.